Haben wir noch was schwereres für Sie? Sauerkraut mit Spätzle? Nochmal langsam. Nochmal ganz langsam. Wie langsam denn nochmal? Haarband. Armband. Haarband. Haarband. Sauergespritzte. Sauerkraut mit Spätzle? 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 Blutgrätsche. Blut? Blutgrätsche. Blutgrätsche. Grätsche? Ja. Blutgrätsche. Ja, sehr gut. Schienbeinschoner. Schienbeinschoner. Torfrau. Torfrau. Frau. Torfrau. Torfrau. Handkäse. Handtel? Handkäse. Was? Handkäse. Manndeckung. Handkäse. Nochmal langsam. Handkäse. Nochmal ganz langsam. Wie langsam denn nochmal? Handkäse. Hand? Käse. Nochmal? Käse. Käse. Handkäse. Ja. Halleluja. Hygienekonzept. Regentonne. Was zur Hölle. Hygiene. Hygiene. Redest du gerade schon? Siehst immer gleich aus. T. G. Machst du gerade ein neues Wort? Hygienekonzept. 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 Noch eins. Eins noch. T. T. Re. Sa. Panfil. Hä? Mal noch mal. T. Re. Sa. T. 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 G. T. Re. Sa. Bustabierst du was? Nein. Ich lese es so vor, wie es da steht. Okay. Aufwärtsfahrt. Ist da auswärtsfahrt? Korrekt. Auf? Okay, warte, warte, warte. Korrektur. So. Auswärtsfahrt. Auswärtsfahrt. Sehr langweilig. Kevin. Clever. Kevin. Clever. Kevin. Clever. Kevin. Ich bin überzeugt. Kevin. Ich verstehe immer clever. Zwei Worte. Kevin. Trapp. Kevin. Trapp. Zuschauer. Ränge. Zuschauer. Zu? Zuschauer. Noch mal? Zuschauer. Zuschauer? Ränge. Ränge. Zuschauer. Ränge. Ja. Fertig. Fertig? Schade. Ich bin langweilig mit dir.